Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben Glendfrey, Freunde hier auf YouTube und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge CS GO zusammen mit Dalu, Flocke, Kundran und einem Flach. Hallo. Wenn ich will nicht mit dem Spiel. Ja komm, erst will ich Mitte spielen. Dann spiel ich lieber Mitte. Mitte! Wir haben Main und Flash. Wir haben zwei. Einer ist Low. Er hittet mich halt noch viermal. Der kommt schon hoch. Der kommt schon hoch, items. Gelogen! Ah nein, ist hinter Yellow schon oben. Und einer noch in Main. Der Random kommt Mitte jetzt so. Oh Gott. Der endt genauso gut wie ich. Also, gut ist vielleicht das falsche Wort. Alter. Das ist Yellow. Hinter Yellow. Nice. Ruhig mit dem Random. Der kommt jetzt Highway hoch. Guck nicht Main. Uh. Nice. Good job. Ein HP. Nicht so sicher, wie viel der Random helfen wird. Habt ihr mir gehört? Wieso? Die Bombe hat schlechte Films oder was? Ja. Ja. Das soll ganz schlecht aus sein. Also, er hat zwei Zahlen vertauscht. Das sind ja so lange gedauert. Shit. Mitte mit B90. Easy! Das ist ja durchrushen, wenn sie Mitte rauskommen. Richtig. Das ist gut. Man kann nicht hinweg zwei Runde in vier in der Mitte sterben und dann verlieren wir aufgrund einer guten Wacht von dem Ge... Psst. Psst. Das war der Low. Der hat noch volles Leben. 93. Der, der ist auf dem Spot glaube ich. Der will planten. Für Geld. Nee, der hat die Bombe. Ja, der hat auf dem Spot. Musch mit. Sonst stirbt Konan vielleicht. Nicht, dass wir die Waffe versenden. Na gut. Das hat noch was besseres als das? Nee, oder? Nee, nur andere Sachen. Die Nate war nicht schlecht. Das hat noch nicht gereicht. Da war echt viel Schaden bei rumgekommen. So! Dann haben sie alle den Helm aufgesetzt. Ich muss gerade ein bisschen über meinen Desktop-Hintergrund schmunzeln. Windows-Standard. Immer. Seit 100 Jahren. Ich nicht. Das ist bei mir aus der Beste. Ich habe das, den Screenshot, wo ich erster geworden bin, bei GTA mit dem Mittelfinger. Und ja, ich bin so verzweifelt. Grenade out! Creaky's off! Ja, der hat mich auch. Die haben schon Waffen. Minus 39. Ja, drei Leute auf dem Ass-Mod. Schon eine andere Bombe. Also ein Bombenspot. Spot, hast gehört? Bin main. Wo? War der nicht. Auf dem Spot direkt. Könnte aber zwei sein. Einer Quot, mit ein anderer sogar. Ah, okay. Ich war zu langsam und jetzt schnell damit pushen müssen. Sie können nicht kaufen. Sie sollten nicht kaufen. Ja, ich, äh, hier, Deagle da noch? Ja. Äh, Deagle-Items? Hab ich schon. Hast du schon. Kunran? Ich habe auch eine. Dann hat jetzt jeder eine De... LOL. Alles klar. Let's go. Das ist eine Deco. War ja, Quatsch. Die Deco. Vielleicht direkt eine Smoke? Hier in der Mitte. Squeaky kommt. Müsst du wieder A sein. Nee. One B. LOL. Das war mal der letzte Letcher des Lebens. Ja, war low. Okay, Squeaky kann gleich rauskommen. Going back maybe. Going A. Bin schon von Mitte verschoben. Äh, Main. Hat nachgeladen. Wir geht aufgemacht. Nice. Die haben echt gut geguckt. Gut, Baby? Ja. Steps B. Fakt ist so ne Leid. Für den Random. Ja, aber ich den weggeschickt habe. Ich weiß nie, wie die drauf sind. War so eine gute Pose. Aber er hat halt alles gecheckt. Die sind super dev. Haben auch alles gemolidiert. Die Smokes. Die haben echt prima in Redihanced. Da kommt noch was von hinten. Oh, scheiße. Verraten. Läuft bei mir. Kann irgendeiner Flash ein, Spot? Das kann ein Gegner. Äh, ich habe eine Flash, ja. Flash, komm raus. Einen hab ich. Komm. Alle drei. Alle drauf. Alle drauf. Alle drauf. Alle drauf. Wo? Oh, rechts, Leute. Da ist er. Spot. Schade geworden. Ich glaube, ich habe mit meiner Flash gerade eine Make geflasht. Er hat keiner überlebt. Alle Waffen weg. Eww. Das ist gut. Wir können gut kaufen. Außer Slug. Ich wollte auch von 6,8 einen Drop, obwohl er... Ja, ich. Ihm lieber. Ja, wieso, ich kann auch auch droppen. Ne, ich hab schon. Ja, aber er braucht ja auch. Ja, ich hab irgendwas gebraucht. Ja, ich hab irgendwas gebraucht. Dann hat er eine Waffe. Jetzt haben wir eine Waffe. Oh, shit. Ja. Ich bin hier, total. Ich wohne hier total. Ich flash. Äh, smoke und ich flash. Mitter eins down. Da kommen noch mehr. Ich brauche Hilfe. Ja, komm. Da mit halber runter. Ne, 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 ne. Ja, komm. Ne. Sind hier eh schon zu zweit. Dann ist A komplett unbedingt. Ja, genau. Perfekt. Siehst du noch was von ran? Boost ist ein... Squeaky. Minus 20 nur. Squeaky kann rauskommen. Man kann auch was drinstehen. One ist Boost. Mit. 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 Ja. Main kommt. Gebraucht. Schönen, noch ein item ist der Slow. Das ist der, den der Slow geschossen hat. Aber der Squeaky ist da auch noch. Da. Sehr gut. Nice. Squeaky war nicht mehr da. Gute job. Jetzt bräuchte ich einen Drop. Wir können alle glaube ich nicht wirklich... Ah doch. Ja. Ich nehm die MP. Dann spiel die Rentnerwaffe, die neue. Neue Rentnerwaffe. Stimmt. Das wär vielleicht gar nicht schlecht. Werde die auch noch testen. Ja. Die MP. Ja ich auch. Achso. Hallo? Die AUG ist mega geil. Die ist auch besser geworden. Ja. Richtig so. Jetzt Meter. Ich bin jetzt richtig okay mit dem Ding wahrscheinlich. Vielleicht sogar so gut, dass wir den Scooter als Volt übernehmen können. Ja. Das ist den Arm. Einer war raus. I-Tops. Den hab ich. Spooky kommt raus. Und man auch. Ja noch zwei. Oder drei. Einer stand aufm Spot drauf. Bei Yalloh. Einer hab ich. Der Yalloh unter dir kommt? Ja. I-Tops. Vielleicht sehen nicht wegen der Straftat. Der hat aber. Ja. Einer Spot. Spot. Los. Lars, alter. Der ist direkt da. Nice. Was? Die Flash gerade war ungut. Ja. Ich war komplett blind. Warum hast du Items beleidigt? Was? Lat, alter. Als Items gestorben ist. Ich bin Wenda an der Pussy. Oh. Okay. Hashtag Cat Life Matters. Immer wenn ich mit Items stream. Are you a little boy or girl? Was? Items am in dich. Items. I guess he means you. I'm a cat. Yeah. I like it. Oh. Oh. Wie gut. Incendiary out. Nice, Zarno. One more B, 30 HP. Throwing a grenade. 1 mid down. Zombie, einer. Direkt auf Spot. Schon. Das ist der... Fuck, ich hab keinen... Ball hat den B-Spot geplant. Hinten, ganz hinten in der Ecke. Der Ney könnte ihn töten. und das ohne was zu sehen gibt sich wieder was jetzt gibt es nur für die müssen sich konzentrieren 3150 das ist dein kontostand was willst du die krieg ist aber gewonnen die war doch vorher auch teurer die sick aber die sicher das war die sind alle ein bisschen spät ist egal wir wollen rein und die smoke war richtig schlecht ich gucke runter hier ist wenn man selber keine arbeit in der mitte er kann so ein gewitter an sachen da ist das war die aber event 50 ist der letzte er kann aber noch über einchen gehen er kann wirklich auf beiden spots noch gehen kann man's watching me little boy little boy is watching it ja es ist so annoying to play with a cat könnte die aber natürlich selben nein 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 ich hab ja im wendt gekillt er hat mich im wendt gekillt ja ja ein schöneres muster ich nenne es kunst aufrasen ich weiß nicht wie ich das update finden soll mit dem preis das macht es irgendwie so komisch fühlt sich komisch an was das ist real to play ist bestimmt länger das die AUG genau so viel kostet wie die M4 na 50$ also trotzdem komisch fühlt sich falsch an was hast du meinst einen hab ich äh das one more mid is low angang mit grenade out defense ja hier kommt noch mehr nice nice bomb is down in vent komisch das der matt kommt wieder der ist jetzt on spot b die smoke war nicht so gut shoot shoot boost ist die bombe weg also die liegt in der ecke nee die du hast sie grad blinken gesehen also ich jedenfalls als du gesprungen bist ja er fühlt sich sehr stark an jetzt lacht mich keiner mehr aus dass ich sie dauernd spielen ich kann keine auch ich hab mich langsam also pascha hat ja getwittert das für die alten männer damit die aber sehen dass ich voll dabei das für mich braucht kein 4 zu 3 wenn ich näher wenn er geflasht ja aber ganz beschissen hat ein hit getankt ah ich hab mich nicht getroffen ein 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 das ist ja super lebe so wollen wir so eine yellow 100 hp gable stapler ja auf englisch er wird planten und versuchen main zu gehen von daher war da immer oder halt tür kann er den radar sehen wenn er im skop ist ja ja wie ich habe ihn auch gesehen trotzdem ich was noch nicht so richtig ist das nicht stark also die war vorher schon stark aber teuer minus 52 wiki kam raus ich hab main 8 getankt ich hab schon wieder komplett weg gemolid alter und auf dem spot flocke nach oben gucken äh keine ahnung wo flocke muss mitte sein mitte genau da sitzt wer im hintergrund hast du gehört das lachen wo ist das in der background er hört auf jeden fall aha mein was sein hund ich hab verstanden seine laundry ich hab verstanden das ist mein dog und don't worry ach so weil das eine katze ist wahrscheinlich ja aber der kann reden das verpasst unsere katze kann auch reden ich weiß es nicht tot okay sie sich tot bau selber unhilflich hier kommen wir jetzt mal mit zu a und guckt dann def nein 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 nicht def wir gehen da rein warte flash kommt fuck die flash war blöd die hat ihn erwischt er ist ausgedacht einen haben wir einer squeaky leute squeaky müssen wir gucken sollten wir pushen einer ist im link oh die welt war das eine hunderte hinter dir kann man es kommen flocke ich verschiebe auf b damit wir auf b eine waffe haben wir haben auf b eine waffe fu ich habe nur eine ja hat er die gehen b ach so links ist nur noch einer er ist zwischen b und mitte gerade also richtung t base r Beck du pf gerade Entre die der Warum gibt es das eigentlich in CSGO nicht so häufiger? Äufiger. Immerhin kann man jetzt die Kommune hier. Äufiger. Aber der kann reden, Alter. Das ist voll krass. Alter, der Hund kann ihm mitteilen, wann er aufs Flo muss. Das ist krass. Das mehr hat ein Wolkeningang. Oh Gott. Mid-flashed. Man ist raus, 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 man ist raus. Kann Yellow sein. Was wollen die eigentlich immer da oben? Ich weiß es nicht, aber es funktioniert ja anscheinend. Okay. Ich weiß nicht, warum ich die Tür gesmogt habe. Ich auch nicht. Ach, du hast sie gesmogt. Dann kommen die zwei raus. Immer noch Main einer. Jo Mama die andere. Nein. Wann ist prepos? Erst der ist flasch. Hier kommt ne Flash. Aufs Boost ist einer. Wenn dauernd einer noch unten in der Mitte. Oder, genau. Alles Super. Got'n! Hast du fast richtig gemacht, Blocke? Hey, wieso? Du bist doch gestorben, ich hab alles richtig gemacht. Nein, ich hab gefahren, ich hab gemangt. Boah, heute haben wir ne Katzen vorher. Das ist schlimm, so meinst. Und schon. Wieso? Ich wollt grad sagen, hallo? Unser Random hat nen Hund. Das negiert sich. Alles super. Alles Miau. Alles Miau. Oh Gott, das war ein bisschen für die Pushen A. Schon raus A? Ich hab ihn nicht down. Drei Leute nochmal. Oh, letzter Schuss. One Yellow, One Spot. Denkt er mit oben sitzen. Ne? Nein. Es ist doch oben. Ha. Dead. Das ist doch gut. Okay, nice, nice. Last One Die. My dog left, by the way. So we can hear again. I'm so sorry for your loss. It's okay, he has Autism, so it's fine. Grab your gear and let's go. Autisten Boutsy. Cool. Decoy is out. Deploying Flash Bank. Mit Flash. Creaky kommt's. Und Main kommt zwei. Dieser Hass. I'm really deaf in mid. Hat er. Hallo, stand schon einer? Ja, der Mully hat nochmal gespreadet. Bombenleger hab ich aber. Wenn wir noch nicht crossen können, ich bin down. Haben gecrossed. Letzten beiden sind. Kannst du bitte sterben. Nein. Oh my god. Seid ernst? War klar. So war der, der hat geklärt den Chance gehabt. Dingle One Click. Bam. wir haben doch in dem letzten spiel gelernt dass die glock immer ist eine white box are we just running it down mid it's a dota joke right nix car car down ich hätte es auch sehen können wenn ich nur irgendwo ich weiß dass das ein lol witz war man natürlich ist nicht die hellste leuchte am stern hier sternhimmel wer der typ ja nicht so witzig aber er gibt sich Mühe ja also einem hund wirds gefallen er versucht zumindest autisten gefällt alles das rassist das autisten i dont know das rassist das autisten wat Was ist denn los? Wenn er alle sagt, dann ist hier ja kein... Everyone, ja. Äh, bei einem knifeen die sich gegenseitig. Mid two? Ja, vor allem von unserer Base aus. One z, one mid. Alter, das hätt mich halt echt mit ner Pistol gepusht. So nen Lappen. Oh nein. Dalu, das war aber alles daneben, du Semmel, wa? Nö. Geht so? Wenn einer P. One click. I will. Main. Main down. Gerade wirklich nix mehr. Angepustet. Warte, wie heißt der? Uh. Ja? Uh. Warte mal. Uh. Dalu hat ihm noch... 94 hab ich ihm gegeben. Okay, ich wollt grad sagen. Du hast nämlich dafür bekommen. Keine Bombe. Danke. Bitte. Boost. Jo, mach ich. Oder auch nicht. Die glauben unsere Job. Einer... Autisten Katzen und Autisten Hunde. Einer White Box noch. Was war der so, ne? Einer. Das war der so, ne? 2, K2. Warte, ne? Wenn man eine MP hat, da liegt noch eine M4. Ich hab eine Galil. Wo liegt die M4? Oder die RMK. Wird der save? Irgendwie retarded? Mk noch eine Waffe? Ja, eine Galil. Hey. Hey. Aber ich habe seine Eltern angerufen. Der musste gerade noch die Spülmaschine ausräumen. Alles gut. So, wie ist denn hier die SIG Sauer? Die kostet genauso viel. Die ist aber nicht so SIG Sauer. Also mit dem FUFI am Ende ist das wichtig. Ja. Das war der. Das war der. Der ist an der Highway. Highway ist noch einer? LOL. Ja gut. Spielt er doch nicht. Der spielt keinen Tod. Das ist ein Teammate. Was soll das denn? Den hast du auch rausgeguckt drauf. Ja. Warum hat Dalu gerade getroffen? Dalu ist tut mir leid. Dalu ist tut mir leid. Dalu ist tut mir leid. Ja. Wie sick. Da da mal. Da da mal. Kannst versuchen. Hätte davon Slut sein können. Hey. Beleidig ihn noch nicht. Kannst du mich boosten? Soll ich dich boosten? Soll ich gerade. Aber ich kann dich auch gerne hier hoch. Okay. Ah. Und dann mit. Mit das. Don't death open inside. Oh no. Sieg. Hattet ihr den auf A hier geholt? Ja. Ich hab einen geholt. Aber ja. Oh. Komm von Highway hoch. Fancy shit. Waaah. Kahl. Oh. Kahl. Aber Kahl. Das tötet Menschen. Das tötet Menschen auf. Oh no. Oh no. Wo war das? Ich sah das. Oh gawd. Okay. Ich töne. Ich tönte beide. Ich war ja. Ich habe doch mal das. Still hänge mal drin. Ich sah das. Na. Das war Skill. Hast du die Mama angerufen, Alter? I had a seizure. He doesn't count. Hahaha. Ist er früher so? Ist er seine Freundin im Hintergrund, oder? Sein Hubs hat er doch gesagt, hör doch mal zu! Ist dein Hund zurück? Nein. Hast du zwei Hund? Was hat gelogen? Nein, jetzt hat er keine mehr. Du könntest sie Feuer machen, dann hast du Hot Dogs. Wow! Jaaa! Ich will mich jetzt zu töten. Wenn du meinen Hund holst, dann wird ein Hund gehören. Ich will mich nicht zu töten! Oh nein! Wir sind da! Aua! Wir sind da! Weißt du, er hat den... Er hat den einen der Mitte gerestet als Gruppe angekündigt. Oh fuck! Italii! Nice! Oh! Mit... somewhere! Wo ist der? Mit Bow! Mit Bow! Jetzt ist er... kommt von... ja, wobei du bist schon so weit. Der ist jetzt in der Mitte. Von... uns aus. Three left. Oh, der hat sich in dem Moment weggedreht. Der muss sich nicht geärgert haben. Ja! One up! Die sind richtig scheiße. Hello! One checkers, fifteen. Headshot unchecked. Das sitzen auf nem Spot. Knutschen herum und beten zu... Wie heißt der? Iblis. Iblis? Ne... oh ne. Blazers? Haddick? W... was? Was willst du sagen? Keine Ahnung. Haddick waren die Leute, die Drogen genommen haben. Can I have a drop, please? Ich mach... ich mach... There is one. Ne... I don't speak Spülmaschinen, Tab! Hey! Leute, fang mal an hier. Ihr... komischen Leute. Den wir heute spüren. Ich kann nicht immer carry'n. No, Gott sagt. Hunderland hat seinen Dienst für heute getan. Das wär so lustig gewesen, wenn der jetzt grad um die Ecke... Be have. Wythup Teeamkommen... Team playing. Da 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 da. Der ist cool, ich mag den. Daph auf dem Spot gehen, Molly. Das war ein schönes Foto. Schön, dass ihr A gefällt, ihr seid echt wichtig zu dir. GG. GG. Oh, nice, ey. Ja, nice. Und? Oh, das ist ein ganzer. Was ist denn da los? Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren und Doktoren, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Macht das gut und bis dahin erstmal tschau. Tschüss.